Es sind sehr viele Newcomer hier, also man kennt die Künstler noch gar nicht so und hat einfach die Chance, neue Künstler kennenzulernen, wo man eigentlich gar nicht aufs Konzert gehen würde. Man ist einfach hier und ist super positiv überrascht. Es ist halt mega cool, alle Leute zu treffen. Es ist voll die gute Stimmung. Das Essen ist gut, die Musik ist gut, die Stimmung ist gut. Einfach irgendwie so alles, glaube ich. Ich fand Marmalade sehr cool. Da gingen die Leute ab. Und dazu halt irgendwie Leute hat, die alle Bock haben zu feiern und zu tanzen und irgendwie einfach niemand stresst. Ich glaube, auf Festivals hat man sonst immer irgendwelche unangenehmen Situationen, finde ich. Und hier ist es halt alles entspannt und alle sind entspannt und alle sind cool miteinander. Das ist toll. Es ist das ganze Festival des Jahres.